In einem vorherigen Video habe ich die Vorschleifen eingeführt und erklärt und in diesem Video geht es jetzt um Wildschleifen und Dualschleifen, also eine zweite bzw. dritte Möglichkeit, Schleifen in C zu programmieren. Als erstes will ich hier die Verwendung einer Wildschleife vorstellen und das möchte ich am Beispiel eines Algorithmus zur Berechnung eines größten gemeinsamen Teilers machen, der auch als euklidischer Algorithmus bekannt ist. Hier müssen also zunächst einmal zwei ganze Zahlen a und b eingegeben werden und das sind zwei Zahlen, die im Laufe des Algorithmus verändert werden. Es wird dann geprüft, ob die Variable b nicht gleich 0 ist und wenn das der Fall ist, dann werden die folgenden Berechnungen durchgeführt. Dann wird also zunächst einmal der Rest der Division von a und b in der Variable h gespeichert, danach wird der Wert von b an a übergeben und der Wert von h wiederum an b. Und diese Operationen werden eben so oft durchlaufen, bis die Variable b den Wert 0 hat und wenn das der Fall ist, dann steht in a der größte gemeinsame Teiler der Variablen a und b, die zuvor eingegeben wurden. Das Ganze möchte ich jetzt einmal implementieren unter Verwendung einer Wildschleife. So, hier sehen wir jetzt also die Implementierung des Algorithmus. Zunächst einmal gebe ich hier fest zwei Zahlen a und b vor. Die speichere ich dann zwischen in sogenannten Buffer-Variablen, die ich also a Buffer und b Buffer genannt habe, weil ja die Variablen a und b während der Abarbeitung des Algorithmus verändert werden. Ich aber diese Variable noch haben möchte für die Ausgabe am Ende des Algorithmus. h ist die Variable, die den Rest der Division von a und b speichert, die ich also hier deklariere. So, dann sieht man in den Zeilen 8 bis 12 die Wildschleife. Das Schlüsselwort für eine Wildschleife ist while und dahinter kommt in Klammern die Bedingung, unter der diese Schleife abgearbeitet wird. Hier ist das die Bedingung, dass b nicht gleich 0 ist. Und wenn diese Bedingung wahr ist, dann werden die in den geschweiften Klammern angegebenen Anweisungen ausgeführt. Und innerhalb dieser Ausführung sollte natürlich die Variable, die in der Bedingung überprüft wird, verändert werden, damit auch tatsächlich irgendwann mal diese Bedingung nicht mehr wahr ist, denn sonst hätte man ja eine Endlosschleife. Hier ist das tatsächlich der Fall. Und wenn also diese Bedingung dann nicht mehr wahr ist, ist der Algorithmus abgearbeitet und in Zeile 14 wird dann das Ergebnis des Algorithmus ausgegeben. Ich lasse dieses Programm einmal ausführen. Hier sieht man, dass der größte gemeinsame Teiler von 50 und 15,5 ist. Die Wildschleife ist eine sogenannte kopfgesteuerte Schleife. Das heißt, dass hier die Bedingung für das Abarbeiten der Schleife immer geprüft wird, bevor die Anweisungen im Schleifenrumpf ausgeführt werden. Das kann dazu führen, dass die Schleife gar nicht erst durchlaufen wird, wenn nämlich die Bedingung von Anfang an nicht wahr ist. Es gibt zu dieser kopfgesteuerten Schleife noch eine Alternative, nämlich eine sogenannte fußgesteuerte Wildschleife oder auch Do-Wildschleife, die ich jetzt im Folgenden einmal vorstellen werde. Hier in der Grafik sehen wir einen Programmablaufplan, in dem beschrieben ist, wie eine Benutzereingabe eingelesen werden soll, wobei die einzugebende Zahl auf den Wertebereich von 0 bis 9 beschränkt ist. Zunächst wird hier also der Benutzer aufgefordert, eine Zahl einzugeben und eine Zahl wird dann eben eingelesen. Und dann wird erst geprüft, ob die eingegebene Zahl den vorgegebenen Bedingungen entspricht, nämlich ob sie zwischen 0 und 9 liegt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll diese Eingabe wiederholt werden. So, hier sehen wir jetzt die Implementierung dieses kleinen Programms. Das Schlüsselwort für eine Do-Wildschleife ist zunächst einmal Do und dann kommen in den geschweiften Klammern dahinter die Anweisungen, die eben in der Schleife ausgeführt werden sollen. Und hier ist das zunächst einmal die Anweisung, eine Zahl zwischen 0 und 9 einzugeben und dann das Einlesen der Benutzereingabe. Und erst dann wird geprüft, ob die Zahl denn kleiner als 0 oder größer als 9 ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Schleife wieder durchlaufen. Das heißt, dann wird wieder der Benutzer gebeten, eine Zahl einzugeben, die Zahl wird eingelesen und so weiter. Und erst, wenn diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, das heißt, eine Zahl also korrekt eingegeben wurde, dann wird die eingegebene Zahl ausgegeben. Das Programm lässt jetzt einmal starten. 12 ist nicht zwischen 0 und 9, genauso wenig wie minus 12. Und wenn ich 5 eingebe, wird meine Eingabe akzeptiert. Genau wie bei der For-Schleife gibt es auch bei der Wild-Schleife oder bei der Do-Wild-Schleife Möglichkeiten, einen Schleifendurchlauf zu überspringen, nämlich mit dem Schlüsselwort Continue oder die Schleife gleich ganz abzubrechen, und zwar mit Break. Die Anwendung des Schleifenabbruchs mit Break will ich jetzt hier einmal vorführen. Am Beispiel, dass wir die Anzahl der Benutzereingaben auf drei Versuche begrenzen. Und wenn der Benutzer es nicht schafft, innerhalb von drei Versuchen eine gültige Eingabe zu tätigen, wird die Schleife abgebrochen. Dazu erstelle ich zunächst einmal einen Zähler, der die Benutzereingaben zählt. Dann überprüfe ich als erstes im Schleifenrumpf, ob der Zähler schon größer als 3 ist. Bei der Überprüfung inkrementiere ich vor dem Vergleich mit dem Schwellwert von 3 hier den Zähler immer. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann wird die Schleife also mit dem Schlüsselwort Break abgebrochen. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Rest des Schleifenrumpfs abgearbeitet. Und nach Abarbeitung der Schleife wird dann nochmal geprüft, ob der Zähler über die 3 gegangen ist. Das würde bedeuten, dass eben keine gültige Eingabe getätigt wurde. Andernfalls wird die eingegebene Zahl ausgegeben. Hier lasse ich jetzt das Programm einmal laufen und ich gebe jetzt zunächst einmal dreimal eine falsche Zahl ein. Dann bekomme ich die Ausgabe, dass keine gültige Eingabe gemacht wurde. Und jetzt lasse ich das Programm noch einmal laufen und gebe im dritten Versuch eine gültige Zahl ein. Und jetzt lasse ich das Programm noch einmal laufen.